Wie die Musik von meiner lieben Annie auf mich wirkt, genau wie die Sonne. Das ist glaube ich die beste Erklärung, die beste Metapher, die ich teilen kann. Also sie ist wärmend, inspirierend, kraftgebend, voller Verbundenheit sein, fallen lassen, auch immer wieder so ein Neubeginn, sich inspirieren lassen und einfach zu sein in diesem Moment und einfach zu genießen und tatsächlich auch Transformationsprozesse durch die Musik entstehen lassen, durch einfach die Klänge, durch die Wirkung, durch dieses ja nicht im Worte fassbare Spiel, was sie da kreiert, diese Musik, diese Klänge, die so tief in das komplette System reingehen. Ja, also die Musik von Annie von Soul Diving ist wie die Sonne für mich. Wärmend, kraftvoll, inspirierend, verbindend und einfach nur ein Geschenk. Vielen, vielen Dank an dich und deine Musik und das, was du nur tust. Du bist wundervoll, ganz viel lieber. Deine Sotzi.